Hallo, heute ist mein Geburtstag, das heißt wir machen heute das zehnte Türchen auf, weil heute ist der zehnte Tag. Mal schauen, was sie mir zu, oh das ist ja richtig klein, mal gucken, mal gucken, vielleicht ist es ja auch gut. Ich glaube, ich zeige das besser nicht. Eigentlich ist das gar nicht so ein schlechter Trick. Das Problem ist, ich brauche eine Zeitung und du musst die wirklich schneiden. Deswegen, ich blende euch jetzt hier mal eine Performance von mir ein, aus dem vorletzten Jahr, wann auch immer das war, weiß ich nicht. Gummi und man kann jetzt hier mit dieser Zeitung und diesem Gummi, was da drum ist, einen richtig, 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 richtig schönen Saubertrick machen. Denn wir werden jetzt diese Zeitung zu einer Palme verwandeln, zu einer Zeitungspalme. Wir sind auf jeden Fall gespannt und zwar, wir haben ja diese Dingens und da müssen wir eigentlich einfach nur anschneiden. Und das war's, unsere Palme ist fertig. Aber nein, wir müssen doch eigentlich einfach nur... Yeah, unsere Palme ist fertig. Ja, und das war der heutige Tag am 10. Ja, ich denke mal, das ist ziemlich cool. Und da würde ich auf jeden Fall sagen, das war's mit diesem Video. Ciao! Ja, ich denke mal, das war's mit diesem Video. Untertitelung des ZDF, 2020